Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß am Wochenende. Ab ins Hauptprogramm. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, welche Reihenfolge es hier gibt. Bis zum nächsten Mal. 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 Ah, die normale. Die Frage ist, werden wir beballert? Nein. Das ist die ganz normale Version. Eine ist schon... Zwei sind schon raus? Bis zum nächsten Mal. So. Die Hälfte ist schon. Zwei müssen noch. Nur noch einer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hoverboard. Hoverboard. Oh man. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jetzt werden wir beschossen. Und da kommt das Hoverboard. Und geschafft. Oh, ich bin als erster sogar drin. Oh, ich bin als erster. Oh, Weckex. Oh, ich bin als erster. Oh, war ja. Oh, ich bin als erster. 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 Einer ist schon unten. SPRING DOCH! Ähm... Hallo? Laden? Hallo? Was zur Hölle? Was war das denn? 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 Ah, das Hundra laufen mal wieder. Was war das denn? 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 Der eine Schneeballer kam jetzt gerade richtig schnell angeschossen. Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? So Dieser blöde Wind da Diese blöde Rolle Und drin So 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 Los zeig das Spiel Oh Schaltkreislauf Zwei Runden Okay Haben wir da was geändert? Oder ist das eine neue Variante inzwischen wieder? Glaube nicht Ich weiß es nicht Glaube nicht, dass da irgendwas geändert wurde hier dran Einfach mal sich irgendwie vordrängeln Was war das denn? Mal sind Also Untertitelung des Systems Oh, das ging ja noch. Das wurde jetzt nichts. Das war's. Das war's. Hm, der Ritterparcours. Die Bälle. Sonst relativ normal. So. So, einfach durchgekommen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. So, einfach durchgekommen. So, einfach durchgekommen. Das war knapp. So, einfach durchgekommen. 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 Oh, einfach durchgekommen. So, einfach durchgekommen. Oh, Torhunger. Da ist es ja nur die Frage, welcher Rhythmus haben die Türen? So, das war einfach. Immer auf die Türen konzentrieren, wann sie öffnen. 28 sind wir jetzt. Äh, was? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das war's für heute. der hat schon zwölf punkte ich bin auf jeden Fall nicht gut in dem Spiel hier und das war eine weitere Folge von Spaß am Wochenende bis zum nächsten Mal